Alle WM-Goldhoffnungen ruhen auf ihr, Helen Lange-Harnenberg. Der Grund, der Ausfall von Totilas. Matthias Alexanderath und Totilas sind Aachen noch in Hochform. Doch dann tritt sich Totilas im Trainingslager gegen sein Überbein aus der Traum von der WM. Nun müssen es vier Damen richten. Das Team, das im vergangenen Jahr Mannschafts-Europameister wurde. Fabian Lütkemeier und D'Agostino, Christina Spree und Desperados, Isabel Wert und Bella Rose. Und eben, Helen Lange-Harnenberg und Damon Hill. Sie haben Team Gold im Visier. Das ist ja schon ein ganz, ganz großer Traum. Go for Gold. Das Damenquartett ist Favorit.